Die Coupa Sudamericana 2004 war die dritte Ausspielung des zweitwichtigsten südamerikanischen Fußballwettbewerbs für Vereinsmannschaften, der aufgrund des Sponsorings des Automobilherstellers Nissan auch unter der Bezeichnung Coupa Nissan Sudamericana firmierte. In dieser dritten Saison nahmen 35 Mannschaften einschließlich Titelverteidiger Club Sportivo Cienciano aus allen zehn Mitgliedsverbänden der Conmebol teil. Der Wettbewerb wurde wie gehabt in der zweiten Jahreshälfte ausgespielt. Er begann am 10. August 2004 mit der Vorrunde in Argentinien und endete am 17. Dezember 2004 mit dem Finalrückspiel in Buenos Aires. Den Titel gewann der C. Boca Juniors. Modus Im Vergleich zum Vorjahr gab es nur geringe Änderungen am Austragungsmodus. Für das Viertelfinale qualifizierten sich wie gehabt die jeweiligen Sieger regionaler Ausscheidungsrunden, wobei auch hier bereits ausschließlich, wie ab dem Viertelfinale im Rhein-Ko-System mit Hin- und Rückspiel gespielt wurde. Bei Punkt- und Torgleichheit galt die Auswärtstorregel. War auch die Zahl der auswärts erzielten Tore gleich, folgte im Anschluss an das Rückspiel unmittelbar ein Elfmeterschießen. Diese Regelung galt auch für das Finale. Ausscheidung Argentinien Argentinien stellte sechs Teilnehmer, die in zwei Runden im K.O.-System die zwei Teilnehmer am Viertelfinale ermittelten. Freilose Boca Juniors Zerker River Plate Die Hinspiele fanden am 18. und 10. August die Rückspiele am 1. und 2. September 2004 statt. Die Hinspiele fanden am 7. und 16. September die Rückspiele am 30. und 29. September 2004 statt. Argentiniens Vertreter für das Viertelfinale waren somit Arsenal de Sarandi und Boca Juniors. Ausscheidung Brasilien Freilose Flamengo Rio de Janeiro Gremio Porto Alegre Cruceiro Belo Horizonte FC Sao Paulo Die Hinspiele fanden am 25. und 26. August die Rückspiele am 4. und 5. September 2004 statt. Die Hinspiele fanden am 15. und 16. die Rückspiele am 22. September 2004 statt. Die Hinspiele fanden am 10. die Rückspiele am 20. Oktober 2004 statt. Brasiliens Vertreter für das Viertelfinale waren somit der FC Santos und der SC International. Ausscheidung Ecuador-Venezuela Club Sportivo Cienciano In dieser Runde ermittelten je zwei Vertreter aus Ecuador und Venezuela und Titelverteidiger Club Sportivo Cienciano aus Peru einen Teilnehmer am Viertelfinale Freilose Club Sportivo Cienciano Liga de Quito SD AUKAS Das Hinspiel fand am 12. das Rückspiel am 17. August 2004 statt. Die Hinspiele fanden am 24. und 11. August die Rückspiele am 31. August und 14. September 2004 statt. Das Hinspiel fand am 28. September das Rückspiel am 5. Oktober 2004 statt. Für das Viertelfinale qualifizierte sich Liga de Quito aus Ecuador. Ausscheidung Bolivien-Chile Die Hinspiele fanden am 12. und 31. August die Rückspiele am 19. August und 8. September 2004 statt. Das Hinspiel fand am 28. September das Rückspiel am 19. Oktober 2004 statt. Für das Viertelfinale qualifizierte sich der Club Bolivar La Perzette aus Bolivien. Ausscheidung Kolumbien-Peru Die Hinspiele fanden am 17. und 19. August die Rückspiele am 14. und 9. September 2004 statt. Das Hinspiel fand am 30. September das Rückspiel am 19. Oktober 2004 statt. Für das Viertelfinale qualifizierte sich Atletico Junior Barranquilla aus Kolumbien. Ausscheidung Paraguay-Uruguay Die Hinspiele fanden am 11. August und 9. September die Rückspiele am 24. August und 21. September 2004 statt. Das Hinspiel fand am 7. das Rückspiel am 21. Oktober 2004 statt. Für das Viertelfinale qualifizierte sich der Club Zeroporteno Essanschen aus Paraguay. Viertelfinale Teilnehmer waren die acht Sieger der regionalen Ausscheidungen. Die Hinspiele fanden am 3. die Rückspiele am 10. November 2004 statt. Halbfinale Die Hinspiele fanden am 24. und 25. November die Rückspiele am 1. und 2. Dezember 2004 statt. Finale Hinspielrückspiel Beste Torschützen Siehe auch Siehe auch